Willkommen zurück. Pläne zu. Hier züchten wir unser Geld. Wird sich bald paaren. Das muss mal ein bisschen in Schwung kommen, der ganze Kram. Hier, das ist trächtig. Fast ausgewachsen. Umkosten dürfte ich eigentlich gar nicht haben. Stromkosten habe ich nicht, aber Darlehens, Rückzahlungen bisher. Die fressen mich halt nach und nach auf. Wenn wir das ein bisschen geringer halten, müssen wir Tiere züchten. Wieder in der Forschung abgeschlossen. Geht ja schnell hier. Nehmen wir dich. Aha, aha. Sieben. Sehr schön. Müssen wir vielleicht nicht viel Kredit aufnehmen. Gehen hier Kunden hin. Auf Plus. Sehr schön. Jetzt Zufriedenheit. Noch zwei Tiere aufnehmen. Oh Mann. Ich hab Wölfe gesehen. Wölfe brauchen also Mittel. Da freuen sie sich denn. Das Gehege müsste ja gerade so ausreichen. Ja. Die Tiere reinsetzen. Wirig. Aber was kommt denn klar? Ameisenbären. Habe ich nicht. Nö. Ameisenbären. Gehen habe ich nicht. Tierverhalten. Passt. Man kann das Tier entdeckt. Gut. Dann rufen wir mal einen Tierarzt. Gut. Hilft dir nichts. Brauchen wir ein Darlehen. Können wir hier nichts weiter reißen. Gut. Reiere. So. Und noch eine Tür hier einbauen. Da. Okay. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Wie groß bist du? 800. Die ist mir momentan noch zu teuer. Ich bin noch nicht genug am Wasser dran. Regenböcke. Weißschwanz genug. Wie viel Platz brauchen die denn? 400. Jo. Würde ich sagen. Weißschwanz genug. Oder Springböcke. Die gehen natürlich auch. Nehmen wir mal Springböcke auf. Finde ich ganz gut. Aufnehmen. Aufnehmen. Okopedia. Ok. Nehmen wir mal. Brauchen wir noch. Zweites Weibchen. Aufnehmen. Nehmen wir mal dazu. Hm. Gehege. Hartz. Einmal Springbock. So. Würde dann eher schon dem tendieren. Mittel müsste reichen. Und das. Ein Futtertrog. Und ein wenig Wasser. Das dahin. was mir hier nur Anschaffungskosten momentan. Gut. Alle Filter zurücksetzen. Ne. Ne. Gummiente. Da aufstehen sie alle. Mal hier vorn hinsetzen. T-Tüpfel-Timberwolf. Gut. Dann gleich. Wolf und dich. Gut. Springbock. Springbok. Sehr schön. Hier gibt es Varian. Eingang. Und zack. Springbok. Und den Fernseher und eine Spendendose hinklatschen. So. Ein bisschen Beschäftigung haben sie schon. Ist unterwegs. Hier kommt der Springbok rein. Sehr teuer. Machen wir das so. Gut. Wie geht es euch? Ihr braucht mehr Gras. Gras kurz für die Gäste. Jetzt hier vorne ein bisschen was sehen. Gras lang. Gibt Gras kurz. Gut. Gras lang. Und ein klein wenig Erde leicht. 3 Meter. Perfekt. Bepflanzung. Gut. Natur. Wir brauchen Kontinent. Alle zurücksetzen. Afrika. Müsste Graslandschaft und Wüste sein. Graslandschaft und Wüste. Das sind immer so riesige Dinger. Gut. Da fänden wir doch gerade hier noch ein bisschen Phyros, ok, haben wir was haben meine Tiere, denen geht es gut, denen geht es überall gut. Ausgewachsen, ausgewachsen, immer noch schwanger. 30 Grad, nicht dass wir noch erfrieren oder Frostbäumen kriegen. Bewegen wir dich mal kurz beiseite, stellen dich auf 30 Grad. Abbruch, bewegen. Ja, temperaturtechnisch geht es ihm doch jetzt besser. Gut, Ringbock. Ich bin der Forschung abgeschlossen. Na denn? Sollten wir natürlich, wenn es geht, alles umsetzen. Zack, zack, zack. Denen geht es hervorragend. Gut. Hier könnte man noch ein kleines Gehege hinsetzen. Was setzen wir denn da für Tiere rein? Irgendwas, was nicht viel Platz bedarf. Albino. Wollt ihr den hier schon schnappen? Komm, den Hormats Inventar. Albino sind selten. Platz braucht ihr. 600. Ah, es sind vielleicht 300. Weg. Hm, 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 hm. Was sagen meine Finanzmittel eigentlich? Ja, die Stalin. Ja, die sind sehr teuer. Ja, das ist spannend. Da steht ja auch ein Arsch voll Tiere. Was jetzt hier ziehen? Na doch, das könnte. Das könnte hinhauen. Okay, hier machen wir schon Mauer. Gut, äh, Tür rein. Weg. Gut. Wie groß ist das Gelände? 800. Die Handel. Die Hüffel. Nee. Springböcke haben wir schon. Weissschwanzklo. Männchen und Weibchen. Die sind nicht so anspruchsvoll. Genau. 400. Männchen und Weibchen. 400. Männchen und Weibchen. Hartz. Hartz. Weissschwanz. Genug. Wasser. Da hin. Mittel. Und hier vorne hin. Und hier vorne hin. Wir nehmen wir das Gehege Gnu. Zack, zack, zack. Mitarbeiter. Mitarbeiter, äh Mitarbeiter, Arbeitsbereiche, Gehegevivarien, ne der ist ganz schön weit zu laufen, dann nehmen wir übergangsweise hier noch das Geno mit rein. Die Technik auch gleich an Bord, sehr schön. Ei, 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 ei. Nehmen wir sie alle. Die benötigen 30 Grad, wa? 30 Grad. Gehege. Oh, sehr schön. Da hin. Da hin? Da ist die Grad. Das ist alles temperieren. So, die bräuchten als Umgebung. Gras kurz. Ganz den Arsch voll davon. Das ist lang. Erde. Bepflanzung. Sehr schön. Aber mit Pflanzen müssen wir es ja trotzdem. Kontinent afrikanisch. Biome. Biome. Basland. Zack. Sollten wir schon mal so setzen. Denn wir müssen hier mehr auf. sehr schön. Sehr schön. Gut, alle Filter zurücksetzen. Gibt's irgendwas Neues? Nö. Nö. Einrichtung. Oh. Bist der Weissschwanz genug? Wir müssen das leider so machen. Das wird ihn so effizient nutzen. Ja. Dann lassen wir mal zwei Männchen. Ja, lassen wir mal zwei Männchen drin. So, ne. Gibt's zwar noch nicht viel Geld. Aber 400. Wir werden so pleite gehen hier. Ähm. Die müssen jetzt noch mehr fast ausgewachsen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. So. Wir brauchen noch irgendwelche Riesenkäfer. So. Kann man jetzt das alte Tier noch loswerden? Handelzentrum schicken? Ja. Schnell handeln. Müssen wir das junge Tier noch drin haben. Wir leben gar nicht lange. Waaah. Okay. Geht's euch? Geht's gut? Und da sind wir pleite. Oh. Bei der Stress hat, kann er nach hinten gehen. Sie hier komplett verstecken. Ivari. Ausgewachsen, fast ausgewachsen. Vitrineerforschung abgeschlossen. Mhhm. Nö. So. Hier ein Weibchen erhöht man. Das ist riesig cool, dass sie schwanger werden. Ja, wir haben wenig Geld, ich weiß. Sieben Monaten kommt der Inspektor. Ja, mehr können wir erstmal nicht machen. Zusehen und beobachten. Ringenburg wird sich bald paaren. Ringenburg erwartet bald Nachwuchs. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Weil die soziale Gruppe. Ja, der müsste für Nachwuchs sorgen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Das kann ich leider jetzt auch nicht ändern. Hier ist auch schwanger. Uh, der Käfer ist schwanger. Das könnte unsere Rettung sein. Der Nachwuchs. Gut. So. Das Weibchen müssen wir behalten. Wir gehen bei dich. Handelszentrum schicken. Wir gucken, dass wir ein bisschen Geld rausschlagen. Kann ich ganz so abkacken. Bis die Darlehens abgezahlt sind. Ausgewassen. Fast, fast, fast. Aber wenn man jetzt so sieht. Mit wahnsinnige Geschlechtsreife. Einem Jahr. Drei Jahre. Geht ja echt schnell hier. Forschung ist auch gleich fertig. Hm. Die Einnahmen mache ich überhaupt. Drei Tausend. Ich kann nicht mal die Kosten decken. Vorübergehend nicht decken. Ja komm. Ringwirk wird sich bald paaren. Ja, ich werde die Jungtiere mich wegnehmen. Da hat sich gepaart. Ja. 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 Gut. Ja. Ja. wird jetzt nicht ganz so spannend mehr. Und wir sehen uns dann wieder. Ciao.